So, eine Bestandsaufnahme. Wir stehen zum dritten oder vierten Mal an einer roten Ampel. Wir versuchen das Auto zu starten. Tot. Die Batterie ist wohl leer. Hier haben wir die Kiara. Na, was denkst du denn von unserer misslesen Lage? Schau ihr T-Shirt an. Etwas durchgeschwitzt. Das ist die Aufregung. Draußen. Unser Mädchen für alles, das sich darum kümmert, dass wir hier irgendwie wieder wegkommen. Nochmal die Kiara. Hier, Susan, die eigentlich gar nichts macht, obwohl sie unsere Muskeln ist. Ich schieb das Auto mal hier weg, ey. Die Schönheit braucht eine Dusche. Dass Jan sagt, ich glaube, wir warten. Wir warten. Gack Dr. D bullets. Da. Ja. D不是, was ich schwache!